Umziehen ist hammerstressig. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich umziehe. Ich habe nie gesagt, dass ich umziehe. Ich sagte, dass ich mein Haus verkaufe und ausziehe. Ich habe nie gesagt, dass ich umziehe. Habe ich nie behauptet. Das ist das, was in euren Köpfen rumspuckt. Das habe ich aber nie behauptet. Ich sage die ganze Zeit schon, dass ich ausziehen werde und dass ich mein Haus verkauft habe. Ich habe aber nie behauptet, dass ich umziehe. Aber wenn du ausziehst, dann ist das ja ein Umzug. Nein. Das ist nichts. Ein Umzug ist, wenn du von A nach B ziehst. Das Umziehen hat nichts mit dem Gericht zu tun und es hat auch nichts mit den Hatern zu tun. Klar verschafft es mir in gewisser Weise auch eine Möglichkeit, mit einem ein bisschen freier zu leben. Aber es hat auch andere Gründe, dass ich umziehe. Einer der Gründe ist fürs Hausverkauf ja die Hater. Es ist nicht der Hauptgrund, aber es ist einer der Gründe. Das ist nicht derMinuten Einer der Grüße, der Seemsburg Also sind die Hier ist das der Gründe. Ich hinzuhebe. Bis zum nächsten Mal.